...Ghetto daneben, worauf wir uns einigen können, dass ihr alle kennt, wo du sagst, fahr da nicht hin. Dessau. Ist Dessau so schlimm? Ich hab's gesehen. Viel Land und auch ein bisschen Assi, das stimmt. Aber, äh, oh ja. Was, irgendwo? Goethe? Oh. Es scheint zu stimmen. Da muss ich nochmal genau hören, wie das heißt. Goethen, so wie Goethe. Warum sagst du denn Goethe? Achso, weil ist euer Dialekt Goethen. Noch Goethen. Goethen? Nein, nicht Goethen. Goethen. Woher kommt der her? Die Ritters. Die Ritters. Wer sind die Ritters? Was? Familienritter. Was? Familienritter. Die Ritters. Weltbekannt. Woher? RTL 2 oder was? Wirklich? Was? Verastet mich gerade. Aber alle hier, wir gucken das alle. Wir treiben die Quote nach oben. Das sind unsere Ritters. Sind die heute hier? Nein? Will man das nicht? Was? Ach, die sind im Knast. Achso. Schönen guten Tag, ich bin Herr Ritter und ich stecke gerade hinter Gitter. Schade. Ich schwitze so gern hier raus. Ich schwitze so gern hier raus. Okay. Die ganze Familie ist im Knast. Nein, nur der Herr. Nur Norman. Ihr kennt die alle? Was ist denn mit euch los? Was? Nee, nur der Norman. Nee. Die Jessica. Die war gar nicht so blöd drauf. Nein, die hatte eine Chance. Wie heißt die? Jasmin. Oh, war ich nah dran. War ich nah dran. Oh Gott, Alter. Heftig. Cool. Muss ich mir mal angucken. Oder läuft das nicht mehr? YouTube! Mach ich gleich mal in der Pause. Guck ich mir YouTube an. Ja, guck ich gleich mal. Die Ritters. Na klar. Scheiße. Okay. Aber dann habt ihr alle ungefähr ein Ghetto vor Augen. Ich muss noch mal ganz kurz fragen. Kann mir das mal bitte jemand kurz bestrebieren? Ich brauche es in meinem Kopf. Wirklich. Köthen. K-Ö-T-H-E-N. Köthen. Also da kam irgendwann mal so ein Typ so adlelich so. Wir nennen es Köthen. Das klingt super. Dann kommt ihr vorbei. Köthen. Das ist Köthen. Da. Da sind die Ritters. Da ist Jasmin. Da ist der Nörmen. Alle sind dabei. Und da wird geknattert ohne Ende. Wirklich? Guck hier vorne. Ja. Zieh mir gleich rein in der Pause. Geil. Auf jeden Fall kennt ihr jetzt ein Ghetto. Okay, alles klar. Was das Ding ist. Gibt es da auch so in Köthen. Gibt es da auch so Hochhäuser? So richtig assi? Eins. Eins. Das gehört den Ritters. Das haben wir gebaut. Für schlechte Zeiten. Nörmen steht da. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Bitte? Was hat er? Er hat im Tierpark eingebrochen. Nochmal. Obdachlose zusammengeschlagen. Er hat Obdachlose zusammengeschlagen und? Wo eingebrochen? Im Tierpark. Ich bin ein Krimineller und ich mach eine richtig fette Beute. So, ich klau mir heute einen Elefanten. Das wird eine super Idee. Pass auf. Komm, Benjamin. Komm. Töre. Komm. Komm jetzt mit. Ich bin ein Tierpark. Scheiße. Dann geh ich zur Giraffe. Hat er Tiere geklaut? Wirklich? Was war dabei? Ein Waschweib? Ein Meerschwein? Ein Meerschwein? Ich bin ein richtig harter Hund. Warum? Ich habe ein Meerschwannchen geklaut. Das Heu habe ich gekauft, das fand ich sonst zu krass. Ich habe gegoogelt. Ich möchte mich auch für weitere Äußerungen enthalten. Das Geile ist, ich habe bei YouTube eingegeben. Ihr wisst schon, ich weiß, ihr Film, deswegen will ich es nicht aussprechen. Gegoogelt. Guck das erste Video an. Sehe eine Wohnung als Open Air. Und was sehe ich als erstes? Einen Fliesentisch. Kein... Kein Witz. Du kannst mir alles nehmen, aber nicht mein Fliesentisch. Kein Witz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020